Sag mal Luna, hast du eigentlich dieses Thema auf Eindringliche überprüft? Ja, warum? Ja, da frage ich mich mal, wer ist Dida ohne Eindringungsalarm? Ja, wie da? Ja, Dida! Ich habe jetzt nicht so die Computerstimme dabei, ich muss das jetzt für die Luna nachmachen. Ja, Dida ist jetzt Moria, meine neueste Errungenschaft. Sag mal, musst du jetzt eigentlich den Star Trek Gruß machen? Das geht jetzt schon mal gar nicht, hier überhaupt nicht. Obwohl, ich mag auch Star Trek. Gut, das ist meine neueste Errungenschaft. Eine 1,56 Meter große Real Doll von der Firma WM, abgeholt von RS Dolls. Sie wiegt jetzt 26 Kilo. Gekleidet habe ich sie jetzt in Gold, das passt wunderbar zu ihrer Hautfarbe. Sie ist jetzt in Dark Tan. Wie ihre Geschichte bei mir im X-Universum laufen soll, das wird sie noch zeigen. Aber auf jeden Fall kann sie Sicherheitssysteme umgehen. Ja, Moria hat einen Elfenkopf mit spitzen Ohren. Finde ich absolut cool. Wenn sie Deutsch spricht, dann werde ich ihr einen hattianischen Akzent geben. Das hört sie so ein bisschen an wie Französisch. Okay, liebe Leute, das war Moria, eine WM Doll, abgeholt von RS Dolls. Sie ist 1,56 Meter groß, dieses Modell. Wiegt 26 Kilo. Und wenn ihr noch mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Aber vergesst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Ich weiß, das Video war jetzt nicht besonders actionreich, aber ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Likes sind willkommen, Kommentare natürlich auch. Und wenn, ach ja, das habe ich ja schon gehabt. Und wenn ihr noch mehr von meinen Videos sehen sollt, dann besucht mich doch einfach auf meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.